Grüezi. 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 Sind Sie zusammen mit mir? Ja. Ja. Daher auch ... Und nicht? Nein. Nein. Haben Sie noch Kontakt mit ihm? Habe ich ja. Gut. Also erstmal ... Ehm ... Einen schönen guten Tag. Da ist eine Person angeschrieben worden. Und ich bin Vertretung für diese Person. Und ich bin als Gast hierher gekommen. Und werde hier stehen bleiben. Und um was geht es hier eigentlich? Sie stellen Ihren Ausweis zu sehen. So. Also ich bin nicht der Ausweis, ich bin die Vertretung. Das kann man schon sagen. Aber es geht ja um Sie. Nein, es geht um eine juristische Person. Ja, das kann schon sein. Das können Sie mir dann sagen. Und ich bin nicht die juristische Person. Ja, das können Sie mir dann hier eben sagen. Ja, ich bin hier. Da können Sie mir alles sagen. Aber ich glaube es geht ... ... ein bisschen länger. Und vielleicht ist es besser, wenn Sie hierher sitzen. Also von mir aus dürfen Sie gerne her sitzen. Ja, ich habe Hämorrhoiden. Ah. Also? Ich bleibe gerne stehen. Ja, ich bin hier. 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 Moment, was jetzt ... Der Herr F***er ist nicht hier. Und würde ich ihn hier rauslöschen. Dass er da nicht hier ist. Also sitzen möchte Sie nicht sagen. Oder sitzen möchte ich jetzt. Also überlasse Ihnen. Sie können stehen oder sitzen, wie Sie wollen. Also. Sie sind heute da. Sie werden beschuldigt. Wer? Sie, also Privatpersonen, nicht als Tiermann. Sie werden beschuldigt. Es ist ein Vorverfahren. Aber da steht die ... und ich bin nicht die ... Wer sind Sie? Nein, ich bin der ... Meinen Sie Meldeobligation oder juristische Person oder natürliche Person? Nein, ich meine die natürliche Person. Das bin ich nicht. Die natürliche Person gehört der Gemeinde. Das bin nicht ich. Das ist ja Ihr Ausweis. Ich bin nicht der Ausweis. Aber Sie sind in der Situation. Ich bin die Vertretung des Ausweises. Ja, wie auch immer. Also, ich erkläre Ihnen. Eben, das Untersuchungsamt Putz hat das Strafverfahren eröffnet gewesen wegen Verdacht, Diskriminierung und Aufrufe zur Hass. Passendiskriminierung nach dem Strafgesetzbuch. Jetzt in diesem Verfahren erzähle ich Ihnen auch detailliert, um was es genau geht. Sie haben das Recht, dass Sie keine Aussagen machen müssen. Sie müssen nichts sagen. Sie müssen auch nicht mitwirken auf die Sachen, die ich Ihnen vorhalten würde. Sie können auch Ihrer Zeit, wie gesagt, den Rechtsanwalt beiziehen. Da habe ich Ihnen ja auch darauf geschrieben, in der Vorladung. Und an Herrn Putz habe ich die Vorladung auch geschickt mit einem Brief. Er hat das auch bekommen. Haben Sie das so weiter mal verstanden? Nein, ich unterstehe Ihnen nicht. Ich bin die Vertretung von dieser Person. Aber ich bin nicht die natürliche Person. Die natürliche Person gehört der Gemeinde. Ich habe ja gesagt, dass er die Schiene auch nicht verteilen will. und aufgrund von dem machen wir einen reifen Namen ohne die Aufmerksamkeit. Haben Sie das verstanden? Gehört, aber nicht verstanden. Was haben Sie nicht verstanden? Ich habe sie gehört. Aber was haben Sie nicht verstanden? Ich unterstehe Ihnen nicht. Wie meinen Sie denn da? Wie meinen Sie denn da? Wie meinen Sie denn da? Ich unterstehe Ihnen nicht. Ich unterstehe Ihnen nicht. Ja, das weiss ich schon. Sie sind der Herr. Sie sind der... Das sind Sie. Nein, ich bin Vertretung. Wie heissen denn Sie? Der Herr, der Sie meinen, ist eine natürliche Person und der gehört der Gemeinde. Das bin nicht ich. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie in Vertretung einer privaten Firma handeln und wir keine vertragliche Übereinkunft haben. Zudem würde ich gerne Ihren Dienstausweis fotografieren. Ganz lang. Ja. Was sagt Sie? Ich möchte mich wieder aufmerksam machen, dass Sie... Also... Also, dass Sie in Vertretung einer privaten Firma handeln. Also Sie handeln? Nein, Sie. Ich? Sie handeln im Auftrag einer privaten Firma und wir keine vertragliche Übereinkunft haben. Was soll ich jetzt damit sagen? Dass sie für private Firmen handeln und mir keinen Vertrag mit der Antenne? Ja, und was heisst das für Sie jetzt? Was bedeutet jetzt da? Was meinen Sie genau? Wollen Sie jetzt hier Anfragen machen zu diesem Verfahren oder nicht? Erst würde ich gerne Ihren Dienstausweis fotografieren, wenn ich darf. Zu welchem Zweck würden Sie das? Zu meinem Zweck? Die Vorladung bekommen mir. Ich würde gerne Ihren... Ausweis fotografieren können Sie nicht? Sie haben ja auch meinen Ausweis. Ja, fotografieren. Sie können dann anschauen, aber auch nicht fotografieren. Aber wenn wir so weitermachen, dann können Sie mir sonst alles schriftlich gerne nachschicken. Nein, wir machen jetzt die Eifennamen. Sie haben das Recht um die Aussage verweitern. Können Sie von mir aus machen, ist mir egal. Ich würde Ihnen einfach meine Fragen stellen. Okay. Leider, wenn ich nicht den Dienstausweis von Ihnen sehe, dann können wir da nicht weitermachen. Ja. Stehen Sie irgendwie unter Medikamenten hinaus? Was soll das für eine Frage sein? Also, ob Sie irgendwelche Medikamente eingenommen haben. Gehört das zu der Sache? Ja. Ja, weil Sie mir so komische Anfragen machen. Für Sie ist das vielleicht komisch. Nein. Da sind meine Fragen nicht beantwortet. Wenn Sie da etwas sagen, dazu kommen. Nein. Warte, ich habe ja Ihren Aussage gesehen. Sie dürfen meinen Aussage auch gerne anschauen. Ist ja gut. Also, wie gesagt, ich stelle Ihnen meine Fragen und überlasse Ihnen etwas. Jetzt werden wir da nicht fertig. Also. Wenn ich Ihnen am Montagabend an die Vereinbarung von dem Termin, wo ich telefonischen Kontakt aufgenommen habe mit Ihnen, haben Sie gesagt, Sie seien in Brasilien. Sie würden sich in Brasilien aufhalten. Ich habe dann gefragt, ob Sie eine Postadresse haben für die Zustellung der Vorladung. Oder ob Sie mir generell eine Adresse nehmen können, wo Sie wohnhaft sind. Das konnten Sie dann aber nicht oder nicht wählen. Und darum meine Frage, an welcher Adresse wohnen Sie denn dort sind. Wo sind Sie zur Zeit wohnhaft? Ich bin Tourist. Ja, aber wo wohnen Sie denn? Sind wir irgendwo einen Wohnsitz haben? Wenn man auf Weltreise ist, gibt es keinen Wohnsitz. Ja, aber hier wollen Sie ja übernachten. Ja, das sind private Fragen. Ja, wie gesagt. Sie müssen nichts sagen, wenn Sie nicht wollen. Ich stelle Ihnen die Frage. Mhm. Irgendwo müssen Sie ja wohnen oder übernachten können. Wenn Sie Tourist sind, müssen Sie irgendwo übernachten können. Sie können nicht auf den Straß schlagen. Können wir schon. Können wir schon, aber machen wir mit diesen Temperaturen. Ja. So, meine Frage ist, haben Sie den aktuellen Wohnsitz? Da oder nicht? Oder? Nein. Nein. Aber wo wohnen Sie denn? Sind wir denn irgendwo? Das ist meine Sache. Okay. Wie lange sind Sie denn im Ausland gewesen, wo Sie... Das sind private Fragen. Ja, ja. Das sind private Fragen. Macht Sie nichts? Nein. Gern nicht. Ja. Ja. Nein, sorry. Jetzt müssen Sie die Plätze holen. Ich bin dann so ins Tunnel. Ja, ja. Das geht nochmal. Danke. Gern nicht. Ähm. Dann... An welcher Adresse sind Sie vor Ihrer Abreise ins Ausland wohnhaft gewesen? So, gib. Bevor Sie gegangen sind. Bevor Sie ins Ausland gegangen sind, wo sind Sie? Wohin Sie doch gewohnt? Genau. Spanien. Ja. Und von wem bis wem haben Sie nach... Das sage ich nicht. Was hat das mit dem ganzen Fall zu tun? Der Kunde wohnt. In welchem Titel haben Sie hier den St. Kors 38 den... ...gewohnt? Nein. Gemäss den Einwohnerkontrollen von... ... haben Sie sich am... ... 2017... ... an... ... 38 den... ... Tag gemeldet. Sie können alle privaten Fragen von mir aus alles Nein schreiben. Ja, dann mache ich. Aber ich muss es Ihnen ja gleich sehen. Was? Die Abmeldung nach Unbekannt... ... hat dann per... ... 2019 ist die Erfolg. Was sagen Sie dazu? Nix. Sie übersetzen ja ganze private Fragen mit dem... Ich komme jetzt zu dem. Jetzt Anlässer von den Einwohnerkontrollen von... ... 2016... ... vor dem Jahr... ... am Flughafen Zürich... ... haben Sie gegenüber der Polizei... ... erneut... ... in Kors 38 C... ... die aktuelle Wohnadresse angegeben? Nein, habe ich nicht. Meine Frage ist, wie soll sie sich bis jetzt nicht... ... bei der Gemeinde angemeldet? Das ist auch eine private Frage. Ja, richtig. Und da gebe ich... ... sage ich auch Nein. Wie gesagt, von der Sorge St. Rutz... ... hat ein Vorverfahren gewesen... ... welchen Verdacht von Rassdiskriminierung eröffnet. Der Verdacht stützt sich unter anderem... ... auf Ermittlungen... ... vom Staatsschutz in Süddeutsch... ... äh, in Süddeutschland... ... die bereits am 30. März vom letzten Jahr... ... davon Kenntnis hatten... ... dass über die Internetseite... ... die Antisemitischer Wiener gegen Juden gehetzt wird. ... als Betreiber von dieser Webseite... ... sind Sie eroiert worden. Was sagen Sie zu dem? Erklären Sie mir bitte, wie kann jemand... ... aus einer Simulation... ... die sich BRD nennt... ... 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 BRD ist eine Simulation. Laut Strafgerichtshof Den Haag und laut Europäischem Gerichtshof hat es ein Urteil, das bestätigt, dass BRD eine Simulation ist. BRD ist eine Simulation. Laut Strafgerichtshof Den Haag und europäischer Gerichtshof hat es ein Urteil, das bestätigt, dass BRD eine Simulation ist und der Begriff Deutschland ein Kunstbegriff ist. Das können Sie selber nachprüfen im UNO-Eintrag von BRD. Also Simulation und ein Kunstbegriff, sagen Sie. Deutschland ist ein Kunstbegriff und BRD ist eine Simulation laut Strafgerichtshof Den Haag und europäischem Gerichtshof. Also Italien hat im Jahr 2012 Deutschland wegen dem Zweiten Weltkrieg und laut Strafgerichtshof Den Haag und europäischem Gerichtshof ist Deutschland eine Simulation und kein Rechtsstaat. Also Deutschland ist nur eine Simulation und kein Rechtsstaat, richtig verstanden. BRD BRD Können Sie mir vorlesen, was Sie geschrieben haben? Ja. Erklärt mir bitte, wie jemand aus einer Simulation, die sich BRD nennt, eine andere Person anzeigen kann. BRD ist eine Simulation und laut Strafgerichtshof Den Haag und europäischer Gerichtshof gibt es ein Urteil, welches bestätigt, dass BRD eine Simulation ist und Deutschland ein Kunstbegriff. Italien hat Deutschland im Jahr 2012 wegen des Zweiten Weltkriegs angeklagt. BRD ist daher nur eine Simulation und Deutschland ist ein Kunstbegriff. Genau. Gut. Wer betreibt in Ihrer Meinung noch die Internetseite? BRD Blogspot.com Das sage ich nichts. Okay. Wir können jetzt den Fluss auch mal drüber. Ähm, wir schreiben Sie einfach Nein herr. Ich glaube, Sie sagen München zu. Schreiben Sie Nein. Seit wann ist die Internetseite online? Das sage ich also Nein. Und du brauchst keine Aussage? Nein. 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 Auf welchem Server wird die Homepage gehostet? Wer ist denn der Anbieter? Der Domain-Anbieter? Da können Sie auch Nein schreiben. Nein. Die durchgeführt Web-Serverabfrag hat gegeben, dass die Domain-Main.com über die Serveradresse vom Provider Google in den USA gegrosset wird. Da sagen Sie zu dem. Nein. Wer hat denn die Homepage erstellt und die darauf hinterleiten Inhalte aufgeladen? Auch Nein. Was für eine Bedeutung hat der Homepage-Namen? Nein. Wie sind Sie auf die Namensbezeichnung gekommen? Nein. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass Sie die Internetseite erstellt haben? Was war der Grund oder die Motivation? Nein. Was bezwecken Sie mit dieser Homepage und welches Publikum wollen Sie mit den Informationen, die Sie hier publizieren, erreichen? Nein. Haben Sie bei der Erstellung dieser Homepage Hilfe und wenn ja, von wem? Nein. Wie haben Sie die Homepage designt, also hergestellt und über welches Gerät betrieben Sie die? Nein. 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 Das ist ein so ein Printscreen vom 15. November 2020 von dieser Internetseite. Mit dem Ausdruck vom 15. November 2020 kann noch werden, dass die Homepage nach www.blogspot.com über insgesamt elf Auswahlfelder, also Register, die sind alle da drauf, verfügt. Es sind ZI und FI, Aktuell, Umwelt, Partner, Bürger, Kontakt, Dokufilme. Bitte erklären Sie mir, was es mit diesen Registern auf sich hat. Unter dem Auswahlfeld Kontakt ist die E-Mail-Adresse nicht hinterlegt. Was hat es mit dieser E-Mail-Adresse auf sich? Nein. Wer hat die E-Mail-Adresse bei gmx.net registriert? Nein. Ist das Ihre E-Mail-Adresse? Wie lange benutzt Sie die E-Mail-Adresse schon? Nein. Am 05. 2020 hat uns die Rechtsabteilung von gmx die Bestandsdaten einteilt und geschrieben, dass die E-Mail-Adresse die E-Mail-Adresse nicht an die E-Mail-Adresse nicht angehört ist? Im Jahr 2019 unter Bewegungskunden-Nummer, wir lesen es einfach vor, dass die E-Mail-Adresse nicht für 70 erstellt wurde. In den Registrierungsinformationen wurden folgende Kundenangaben eingetragen. wurden. Herr, Switzerland, Geburtsdatum, Sicherheitsrufnummer, Schiffedag. Dabei handelt es sich um Ihre Personalangaben, inklusive Mobiltelefonnummer sowie Ihre zum damaligen Zeitpunkt gültige Wohnadresse. Was sagen Sie dazu? Wie erklären Sie sich denn, dass unter den Kontaktdaten genau Ihre eingetragenen Adressen und Ihre damalige Mobiltelefonnummer hinterlegt worden ist? Bezüglich der hinterlegten Mobiltelefonnummer in meiner Akte können Sie sagen, dass die Rufnummer 08 zuerst am 14. März 2019 unter Ihren Kontaktdaten unserer Datenbank verpasst worden ist. Sie haben die Rufnummer Ich hatte das damals gegenüber einer Polizistin in einer SVG-Wiederhandlung in Filters als ihre gültige Mobiltelefonnummer A GK. Was sagen Sie zu dem? Am 07.2020 konnten Sie in einer SVG-Übertätigung durch die Polizei zur Kontrolle angehalten werden. Das ist noch nicht lange her. Weil Sie in Ihren Effekten Betäubungsmitteln mitgeführt haben, sind Sie durch den Herrn Roth unterschriftlich zu dieser Sache befragt worden. Und auch bei dieser Anzahlung haben Sie hier die Telefonnummer 07.80 gegenüber A GK. Was sagen Sie dazu? Nein. Verfügen Sie an Ihrem Wohnort über einen Internet- oder WLAN-Anschluss und wenn ja, bei welchem Anbieter? Nein. Auf welchen Namen läuft der Internet-Anschluss und wer zahlt die Rechnung? Nein. Ich muss auf die einzelnen Registen nochmal schnell eingehen. Und zwar möchte ich mit Ihnen detailliert auf die einzelnen Auswahlfelder eingehen, die auf der Internetseite www.com hinterlegt sind. Wir fangen eben an mit ... Und zwar das ist der Stand von ... ... 2020. Dort sind insgesamt 44 Audiodateien hinterlegt, verlinkt worden. Bei denen handelt es sich um Hörbücher, Protokoll von ... 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